Sooo... Halt! Das machte ich das nicht. Fledermaus... Kann ja auch heißen, dass das mit die Ramschkiste... So... Schmiede... Schmiede ein Eisenschwert... Okay... Oh, ist Ruhe... Ah, da können wir jetzt den... den Schlüssel schmieden, oder? Geben wir das schon? Ja. Das Eis schmieden wir aber nicht, das klarere ich hier mal mit ein... Kohle kann hier rein... Und... So... Jetzt können wir noch so spielen... Mit der Eisenberge... Erbschild... Zwei... Gut... Die Rezepte haben wir anscheinend nicht mitgenommen... Sondern nur unsere Ausrüstung... Aber macht ja nichts... Die reicht uns ja erstmal... Absurdalabert... Diesmal kann man schlafen... Und dann geht's weiter... Mit Erkunden... Das Request wäre dann... Zieh dich in West-Tor um... Nach einem Bruchstück von Durins-Axt... Und auf die Hochstraße müssen wir... Okay... Na dann... Bis zum nächsten Mal... Ciao...